Hallo, hier ist der Mann-Tüb von MoneyMankies, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 15. Juli 2024 und unser DAX hat sich am Freitag ordentlich oben rausgehoben, zumindest einmal den Abwärtstrend hier über Boden drüber geguckt und einmal angestochen. Per Tagesschluss haben wir quasi das Niveau hier erhalten können, haben uns einmal draufgestellt, sind jetzt aber, ich sag mal, formal auf Tagesebene noch nicht raus, auf Stundenebene sieht das dann schon ein bisschen anders aus, denn dort hat er die Linie einmal von oben quasi jetzt im Pullback schon angestochen und das ist insofern eben auch wichtig, weil das uns eben jetzt einleiten könne, dass er direkt am Montag auch gleich weiter nach oben rausstehen kann. Das Einzige, was so ein bisschen wie ein Damoklesschwert hier über uns steht, ist die Auffälligkeit mit den zwei langen Wellen, die hier ins Auge stechen. Das haben wir ja vor ein paar Tagen schon mal eingezeichnet, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir hier gesagt, unser DAX kann, wartet mal, jetzt rutscht mir da immer die Dings da rein, unser DAX kann hier durchaus, an dem Tief hier erinnert euch, kann durchaus los, da haben wir gesagt, das muss dann aber zügig passieren und so weiter und so fort, das war dann aber auch so, haben gesagt, er würde sich hier genauso an der Bewegungswelle orientieren, zeitlich sind wir in der Ausprägung sehr gut gelaufen und der Punkt liegt jetzt bei 8,30 etwa, 8,25, 8,30. Solltet ihr also Montag, ich sag mal 9 Uhr, 9.15 da dran schlagen, an die 8,30 und dann so stark wieder zurückschlagen, dass sie unter die 7,20 zurückfallen oder die unter die 700, wäre das als, naja, wäre das schon kritisch zu werten, weil ich es dann einleiten könnte, dass alles unterhalb der Trendlinie dann eher für Short gut zu haben wäre. Sollten wir gar nicht nach oben starten und nach unten starten oder wir fangen erstmal an, was haben wir eigentlich am Freitag sehen wollen? Wir haben am Freitag sehen wollen, wir standen hier an dem Punkt und haben gesagt, wenn er über 5,30 rumturnt, würde ich ihm zutrauen, dass er sich an die 600 dran stellt und wenn die Amerikaner dann gut performen, dann würde er es hier oben raus schaffen, an die 700 auch mal ran, das hat er hingekriegt, ne? Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, wir haben gesagt, wenn die Amerikaner 0,5 machen, schafft der DAX auch 1,5, war ganz interessant, als der Nasdaq dann wirklich 0,5 hatte und der DAX 1,5 auf die Ohren, da hat wie die Faust aufs Auge gepasst, aber das Short-Signal, die Abbruchbedingungen, die wir hatten, dass wir unter 4,80 sind für die Abwärtsbewegung Richtung 300, die kam nicht. Und das ist das Wichtige, was auch in den Analysen, wie ich sie hier präsentiere, eben zu beachten gilt. Es gibt immer diese Betrachtung, wenn das eintrifft, dann kann das und das kommen. Wenn das andere eintrifft, dann das und das. Wer sich dahin hinstellt und sagt, ja, du sagst, es kann steigen oder fallen, der versteht nicht, was ich sagen will und der kann es dann natürlich auch nicht nutzen. Wer sich aber darauf einlässt und diese Wenn-Done-Bedingungen aufgreift, wer sich vielleicht selber auch aufschreibt, mitschreibt bei der Analyse und als Tagesplan ein bisschen mitnimmt, der kann hier in meinen Augen das Maximale aus der Analyse dann tatsächlich auch rausholen. Wer bloß versucht rauszuhören, ob ich denke, dass es steigt oder fällt, der wird nicht seinen Mehrwert aus der Analyse generiert kriegen. Und das ist hier eben, weil es jetzt am Freitag mal wieder schön explizit ebenso, wie es besprochen wurde, geklappt hat. Und das ist auch für den Montag eben wichtig. Diese Wenn-Dann-Sachen, wenn wir Montag 9 Uhr, 9.15 Uhr an eine 8.30 Uhr stoßen und dann hart abschlagen. Das sind so die kleinen Dinge und er macht dann nach Tagesdienst, dann kann das wirklich passieren, dass wir den bis 6.20 Uhr erstmal wieder nach unten umkippen. Solltet ihr aber nicht nach oben starten und direkt nach unten, dann hätte er besser ein bisschen bessere Karten. Dann könnte er sich nämlich von der 6.20 Uhr nochmal nach oben aufdrehen oder ich sag mal so 6.50 Uhr, 6.20 Uhr und von dort dann anlaufen. Und dann hätte er eine bessere Distanz, um da durchzuschießen durch die 8.30 Uhr. Also wenn er erst 6.20 Uhr, 6.50 Uhr macht, könnte er es besser hinkriegen oder er bleibt einfach früh oben stehen. Also wenn er die schön geschmeidig angelaufen kriegt, die 8.30 Uhr, dann macht er es nur zur Seite. Wenn das auch gut, dann kann er auch weiter. Dann kann er weiter Richtung 8.90 Uhr, das ist übrigens das alte Allzeithoch dann. Ja, also und dann eben auch weiter bis an die nächste Linie oben ran, die liegt dann schon knapp über die 19.000. Das ist alles erreichbar, das ist machbar, wenn wir uns gut halten und insbesondere über diesen Abwärtstrend. Wenn der DAX aus diesem Abwärtstrend rausgeht, aus diesem Abwärtstrend rausgeht, hat er das Zeug, das ist ja hier noch die Linie von den alten Seminarteilnehmern, hier auch in die nächsten größeren Ziele reinzulaufen. Das sollte man ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten, dass da die Welt oben nicht aufhört. Nur weil hier das alte Allzeithoch bei 18.8.92 liegt, da geht die Welt auch weiter. Ja, das ist wichtig zu beachten. Und ansonsten ist die 7.10 halt, ich sag mal, signalgehend. Ja, wird wahrscheinlich auch unsere ELISA-Signallinie dann liegen. Da drüber, drunter kann man sich jetzt ein bisschen orientieren. Drunter unter 7.10 haben wir eher das Risiko, nach unten ein bisschen wegzurutschen, Richtung 6.50, 6.20. Ist das nochmal ein guter Support? Hält der auch nicht, wird es ein bisschen kritischer. Ja, hält der auch nicht, wird es ein bisschen kritischer. Und dann könnte das hier auch auf Tagesebene springen nochmal zurück. Ein kleiner Fehlausbruch wären. Und der läuft hier nochmal einen ganzen Meter zurück. Im Zweifel dann sogar bis in der 18.400, 18.350 nochmal, 3.60, ja. Mittlere Band liegt jetzt bei 2.80. Also das wäre erreichbar, wenn er jetzt hier wirklich komplett versagt. Glaube ich aber fast nicht. Dafür ist es mir zu ruhig gewesen, wie er hochgestiegen ist. Zu wenig Euphorie noch drin. Sondern ich glaube, der hat ja ganz schön viele jetzt verkackeiert gekriegt. Wir haben es auch die ganze Zeit immer, ich habe es immer wieder die ganze Zeit erzählt, ne. Es ist eine bärische Flacke, ich gehe aber davon aus. Es ist insgesamt eine Bärenfalle, der mogelt sich bestimmt hoch. Der macht hier nur zur Seite, weil hier ganz viele total euphorisch waren. Total überoptimistisch 20.000 antraten wollten oder so. Die hatten alle komplett mundtot gekriegt. Jetzt von denen hörst du gar nichts. Und die waren hier unten sogar dann eher auf dem Trüchte, dass er jetzt fällt. Also der hat schön die Stimmung, die Mentalität der Leute gedreht gekippt. Und hätte damit auch meiner Meinung nach hier jetzt eine gute Ausgangslage, um oben rauszuspringen. Also der hätte wirklich relativ viele jetzt ins Boxhorn gejagt gekriegt mit seinem Geschruppe hier zur Seite. Und das ist ja auch Sinn und Zweck eines solches Seitwärtsmusters. Den Markt wieder ein bisschen rauszutreiben. Die Geduld der Leute anzuspielen, das können die Leute nicht geduldig sein. Das können die meisten einfach nicht. 90% der Trader scheitern schon an der Geduld halt. Gibt es zwar Wege und Mittel, wie man dagegen ankämpfen kann. Aber auf einem türlichen Weg gelingt es den meisten einfach nicht. Die bleiben ungeduldig. Dann wirken sie ihre Gewinne viel zu zeitig ab, lassen die Verluste ewig laufen. Das ist so eigentlich der Klassiker. Und für solche Leute sind diese Muster da. Dadurch kriegt er sie aus den Lungs raus, in die Shorts rein. Und dann kann er wieder die nächste Trendetappe machen. Und solange die Leute es eben so bleiben und immer so weiter denken, funktioniert das halt auch immer weiter. Und das funktioniert schon seit Jahrzehnten. Das steht schon in Tradingbüchern von 1950 drin. Also das wird sich so schnell auch erstmal nicht ändern. Deswegen gehen wir jetzt hier oben raus aus dem Trend. 98% und da drüber eben auch mehr erreichbar. Das aus dem großen Bild bitte nicht vergessen und behalten. Unten, wie gesagt, 6,20, 6,50 ein guter Support. Und tiefer sollte halt nicht, sonst sieht es ein bisschen nach Umkehr aus. Und dann machen wir hier bestimmt Gap zu auf 500, 5,10. Und dann geht er auch noch ein Stückchen tiefer. Also 600 wäre also für mich erstmal die Kante drunter, würde ich vom Long erstmal ein bisschen Abstand nehmen. 6,20 fände ich noch okay, 6,50 vielleicht besser. Idealerweise bleibt es sogar über 7,10. Dann wäre es für mich in jedem Fall hier eher eine Long-Möglichkeit. Gut, dann würde ich das dabei auch belassen, würde hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.